Hallo, mein Name ist Andreas Rienhofer und in diesem Video dreht sich alles um E-Learning für Speditionen im Lockdown. Wie schon eingehend erwähnt, geht es heute um das Thema E-Learning im Lockdown. Wir haben sehr oft von Bestandskunden das Feedback bekommen. Zum Glück haben wir euch vorher gekauft und hatten somit die Möglichkeit, auch in Homeoffice-Zeiten oder in begrenzten Zeiten unsere Mitarbeiter zu unterweisen, hinzuweisen auch auf Arbeitssicherheitsthemen, auch der gesetzlichen Nachweispflicht nachzukommen. Aber auch ein anderes Beispiel war, dass Azubis besser bespielt wurden, weil die oft in der Lehrphase, im sogenannten Training on the Job, bei jemandem beisitzen. Vor allem im Lockdown haben wir gemerkt, dass die Userzahl extrem hochgegangen ist, bei denen, die schon erfolgreich E-Learning implementiert haben. Genau aus diesem Grund haben wir einen Report entwickelt, der heißt E-Learning auf Knopfdruck, wo wir Nicht-Kunden anhand von Fallbeispielen zeigen, wie einfach E-Learning bei Ihnen implementiert werden kann. Wenn Sie sich für diesen Report interessieren, klicken Sie unten auf den Link und wir schicken Ihnen sehr gerne einen zu. Ihr Andreas Rindhofer